ist das schon eine wilde mischung was nehmen wir denn da mit ja gute frage nächste frage es geht auch nicht da müssen wir doch verarschen herkommen ok machen wir das ganz was anderes ich weiß nicht was ich da genau nehmen soll dagegen was das ist um aufhören das immer zuerst im gang zu werfen das gibt es doch nicht komm schon wunderschön hier so komm bitte nicht wechseln sondern einfach sterben mal das ist eine gute war wahrscheinlich nicht nee da bräuchte ich was eis oder so wenig mein moment das ist voll entwickelt das ist doch dann auch flug oder vielleicht nein nein ja vorher spürt man das sollte mich nicht töten unterseitzen weiß ich es ja nicht das macht natürlich im volltreffer dann sieht die sache wieder anders aus das ist ich habe das gefühl nidoqueen wird nicht so viel reißen hier ja 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 kann so etwas wie explosion oder finale für fehlend Das war ich nicht. Das ist wahrscheinlich schneller als Usch. Was willst du machen? Ja und Eis ist meine Schwäche. Fick dich doch. Das sind so viele Lebenspunkte. Hey Explosion. Ganz was Neues. Ja. 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 Das ist also schon so eine Wisser-Gleichheit. Wenn du all die effektiven Attacken hast, hast du trotzdem überhaupt keinen Schaden an den Fiemen. Das ist doch nicht feierlich. Ja, und es killt mir jetzt wieder, ne? Heißt du, das ist nicht effektiv gegen Aparas, oder? Ich glaube nicht. Nee. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Das Problem mit den effektiven Attacken ist, das sind ja einfach nicht stark genug sind. Und dann volltreffer. leck mich mit diesem Kaffee sind Gewalt beendet Gewalt sage ich euch, Gewalt ist eine Lösung Scheiße Ich werde es wohl nicht Ich komme hier nicht mehr zuerst dran Okay, jetzt muss es halt einfach mal Tag und hier Regeln Ich weiß noch nicht so genau, wie das funktionieren soll Aber hey Das passt mal auf, Leute Wie ich einfach verliere jetzt noch Jetzt ist es mit nicht effektiven Attacken, dass ich Schaden machen kann Jetzt niederstehen Das wird aber nicht reichen Nicht tot Oder verfehlt er Er hat verfehlt Er hat zwar verfehlt, dass ich mir geheilt wurde Und er auch Mit Gewalt So knapp anderthalb Stunden Ne, auch anderthalb Stunden Für, was war das jetzt? Vier Trainer? Komm schon, mach doch einfach mal ein Crit jetzt hier Oder frier es ein Eins von beiden Ich nehme beides Crit und Einfrieren Bisschen gleichzeitig Ich könnte ja was anderes probieren Aber ich bezweifle, dass alles andere irgendwie effizient er ist Puh, Pokémon Das wäre es jetzt Obwohl ich das nicht mitgenommen Weil Elektro wird eh nicht funktionieren Bodyslay Ja, scheiße Mach doch ein Volltreffer und killst Aber du frierst ein Kann das überhaupt befehlen Ich glaube schon Tut's halt nicht Oh, es macht ein Volltreffer Sehr gut Das ist doch, was ich mir gewünscht habe Volltreffer Töte es Töte es Töte es Töte es Das ist doch, wenn du Das ist ein Zweifel, da wäre ich noch gar keine Sonderschance. Gewalt! Ich hab halt nix anderes. Komm schon, Gewalt! Töte! Nicht das! Du bist doch verarscht! Was? 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 Ja, das ist gut. Ja, scheiße. Ich muss sagen, ich sehe auch nicht so die ganze 10% Chance, irgendwas einzuführen. Ich bin der Wiede, nicht so die Wiede. Ich habe es gewonnen. Hey. Das ist einfach, was der fucking Meisterball gab. Der Überball war schon die mega Arbeit. Das war's. Gut, das war's für heute im Folgen des Settel, wir haben den Hyperball gehabt, die er hat den fucking Hyperball, der Meisterball fehlt noch, trotz mal 7 Save-States, was haben wir mal, 20, 25 Minuten pro Gegner, alt, war doch schön. Sag dann mal auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, tschüss.